Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft hier im Bauerhause? Sie sehen jetzt im Hintergrund eine neue Maschine. Ich habe mich da bei einem Pöttinger Flug beteiligt. Wir sind vier Bauern, die diesen Flug zusammenkaufen. Ja, so neu ist immer schön. Neue Maschine, ja. Das ist ein paar dünner Geld, aber ich glaube, wir brauchen jetzt den Flügel gar nicht. Ja, meine Kollegen haben Fachsimpel. Was tust du denn bei einem Fünf-Schar? Nein, das ist doppelt. Du tust jetzt jeden Einzel. Jetzt halten wir da noch einen. Und vorne angehängt ein Case Power, ein Powerbrocken, ein 5150. Weil wenn du angehängt hast, hast du ja am Traktor. Ja. 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 Was wir eben noch gesagt haben, ja, wir möchten noch ein Büchlein, das ja hier in die Fläche einschreibt. Ja, genau. Aber woher, gell, können wir den Chauffeur da? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020